Moin Moin, hier ist Dominik vom YouTube-Kanal 9 Bytes. Heute geht es um die Nick Collection 6 und um einige Neuerungen, nicht um alle. Kurz erklärt, warum geht es heute nicht um alle Neuerungen. Es gibt eine neue Funktion im Perspective Effects Add-On. Dieses Add-On oder dieses Werkzeug Perspective Effects funktioniert nicht in Affinity Photo Version 1 und 2. Das wird einfach nicht erkannt. In Photoshop hingegen funktioniert es. Ich werde euch das Ganze aber nicht präsentieren, auch nicht in den kommenden Monaten. Warum? Simpel. Ich kenne mich mit diesem Werkzeug nicht aus. Also mit Perspective Effects an sich und auch mit dem neuen WeShape Tool, das jetzt in der Nick Collection 6 dazugekommen ist. Ich kenne mich damit einfach nicht aus. Dementsprechend gibt es hier nur das zu sehen, wo ich mich mit auskenne. Wir starten und wir sind ja hier gerade in Affinity Photo und die erste Neuerung hat auch mit Affinity direkt zu tun. Denn im Normalfall ist es ja so, wenn man die Nick Collection 6 aktuell ab sofort auf seinem Rechner installiert, wird man ja vorher abgefragt. Wenn man Photoshop hat oder Affinity jetzt auch ab sofort, dann merkt die Nick Collection 6 das während der Installation. Und ihr habt sofort die Möglichkeit, und das ist die Neuerung für Affinity, dass die Nick Collection 6 sofort in Affinity Photo integriert wird. Das heißt, ihr müsst nicht erst über die Einstellungen das Plugin selbst einbinden. Das wird jetzt automatisch von der Nick Collection 6 für Affinity gemacht. Und zwar, ich klappe die Werkzeuge einmal zu und gehe in die Presets bzw. in die Voreinstellungen auf Deutsch. Und hier haben wir die erste Neuerung. Und zwar gibt es jetzt Plugin-übergreifend für jedes der acht Plugins im Preset-Bereich und nur dort eine Suchfunktion. Das heißt, wir können jetzt ganz gezielt nach Presets suchen. Hier entsprechend einfach den Namen des Presets eingeben. Und ihr seht schon, es reichen zwei Buchstaben. Und hier werden die entsprechenden Presets dann angezeigt. Die nächste Neuerung ist hier in der letzten Bearbeitung zu finden. Und zwar haben wir hier ab sofort die Möglichkeit, 15 Bearbeitungsschritte zurückzugehen. Also wir sehen und wir können die letzten 15 Bearbeitungsschritte uns hier anzeigen lassen. Hier entsprechend einmal draufklicken. Dann kriegen wir hier eine kleine Warnung. Wir machen direkt weiter. Wir bleiben nämlich hierbei, denn wir können direkt mit der nächsten Neuerung weitermachen. Ihr seht hier schon, die Kontrolllinien von Fotolab 6 sind jetzt auch in die Nick Collection 6 rübergezogen worden. Das heißt, ein optimiertes und verbessertes Arbeiten mit den Kontrollpunkten sowie mit den Kontrolllinien, die ja neu sind, ist jetzt hier möglich. Des Weiteren haben wir hier unten, ist ja die ganz normale Auflistung der Kontrollpunkte. Wir haben im Moment einen Kontrollpunkt bzw. eine Kontrolllinie aktiviert. Und wir haben jetzt in der Nick Collection 6 die Möglichkeit, diese Kontrolllinie umzudrehen. Das heißt, wir können sie invertieren. Wir klicken hier unten einmal drauf. Und ihr seht, jetzt ist das Ganze umgedreht worden. Und jetzt sind die Optimierungen nicht mehr auf den Himmel angewendet, sondern auf den unteren Teil des Fotos. Und jetzt können wir hier natürlich die Linie noch entsprechend bewegen und die Sachen nochmal etwas angleichen. Wenn wir möchten. So, wir drehen das Ganze nochmal ein kleines Stück. Ja, ich lasse es mal hier auf der Kante und ziehe den oberen Strich mal etwas weiter. So, dann wird der Effekt, die Verbesserung auch ein wenig auf den Himmel angewendet. Wenn wir das nicht wollen, wie gesagt, ziehen wir das hier einfach ein wenig runter. Und wir sagen, wir möchten einen Kontrollpunkt haben. Ziehen wir den entsprechend auf. So, stellen den Radius entsprechend ein. Und können natürlich mit der gedrückten Alt-Taste den Kontrollpunkt kopieren. Ziehen ihn hier rein. Und ihr seht, mit den Kontrollpunkten, wenn wir jetzt hier bei den mittleren Streifen bleiben, bei der Landschaft, dann seht ihr, wir müssen hier A, wesentlich mehr Kontrollpunkte setzen. Und B, sieht das Ganze nicht ganz so toll aus. Es kann auch einfach dazu führen, dass wenn wir das Ganze mit Kontrollpunkten bewerkstelligen, dass es an den einen oder anderen Stellen dann einfach nicht angewendet wird oder der entsprechende Effekt einfach ausläuft und man sieht es. Und das kann sehr unschön sein. Deswegen sind hier die Kontrolllinien wirklich eine sinnvolle, Entschuldigung, eine sinnvolle und gute Optimierung für die Nick Collection. Das muss man ganz klar mal so sagen. Schauen wir uns einmal die neue HSL-Funktion an, die Color Effects hier spendiert bekommen hat. Und ja, wir gucken einfach mal so. Wir haben jetzt hier die neue HSL-Funktion. Und HSL ist schnell erklärt. Wir haben hier verschiedene Farbbereiche. Also von weiß bis lila, pink, blau, türkis, grün, gelb, orange und rot. Das ist RGB, die RGB-Farben. Und wir können jetzt hier beispielsweise sagen, wir wollen den letzten Farbbereich. Das wäre Magenta in dem Fall. Und dann können wir jetzt hier entsprechend die Farbe Magenta entsprechend anpassen. Von der Luminanz und von der Sättigung her. Wir können den Farbton entsprechend ändern. Ihr seht es. Das ist eine nette kleine Funktion, die mit Sicherheit mal sehr hilfreich sein kann. Grünbereich wird jetzt natürlich ein bisschen deutlicher sein. Ihr seht es. So kann man sehr, sehr schnell im Übrigen auch einen Color Key-Effekt erzeugen, so wie ich ihn jetzt gerade schon ein wenig erzeugt habe. Ich drehe das Grün mal hoch. Und ihr seht, wie das Ganze sich auswirkt. Wir gucken mal kurz vorher, nachher. Das ist das Original. Und das ist die neue Version, die wir mit der neuen HSL-Funktion machen können. So, das ist mal ein ganz, ganz schnelles und ganz, ganz kurzes Beispiel für die neue HSL-Funktion. Wir sehen im Übrigen auch, wo wir Sachen angewendet haben. Das wird im HSL-Bereich durch einen kleinen weißen Punkt angezeigt. Das ist ganz nett. Colour-Effekts, beziehungsweise nicht Colour-Effekts, sondern HDR-Effekts. Und die Schapener der Nik Collection sind aktuell noch in der Nik Collection in der alten Version integriert. Ihr habt ja gerade die neue Oberfläche gesehen, die mit der Nik Collection 4 auch eingeführt worden ist. Diese wird entsprechend auf die Nik-Filter HDR sowie auf die beiden Schapener auch ausgeweitet. Ja, eine Kleinigkeit noch, bevor das Video wirklich zu Ende ist. Und zwar, Define ist auch optimiert worden in der Nik Collection 6. Wir sehen es bereits hier. Define hat jetzt auch die moderne neue Oberfläche bekommen. Ansonsten, technisch hat sich hier nichts geändert. Da wird sich auch nichts ändern. In dem Meeting, in dem ich war, ist gefragt worden, ob denn Define die D-Prime oder D-Prime XD-Technologie bekommt. Und dort ist klargestellt worden, dass das nicht passiert. Es wird keine entsprechende Optimierung geben. Warum, ist simpel, die Nik Collection ist nicht für die Arbeit mit RAW-Fotos gedacht. Die Nik Collection ist eigentlich für die Arbeiten mit JPEGs optimiert. Das nur zur Information. Also D-Prime, D-Prime XD wird in der Nik Collection 6 nicht integriert. Ich würde sagen, wir singen und hören uns gerne beim nächsten Video.